Wie geht es im Fahrstuhl mit einem Tool? Deshalb ist es hilfreich, wenn man quasi auch ein Dashboard hat und per Knopfdruck klicken kann, wo man hin will und das dann auch gelingt. Das heißt zum Beispiel, wenn Sie Crossmedia-Kampagnen machen, können Sie das planen, dort anlegen und verteilen über Facebook, Twitter, Xing und Sie können auf dem Dashboard in der Analyse in Echtzeit die Daten sehen, wie das Engagement war auf den verschiedenen Kanälen und können die Learnings ableiten, was war top, was war flop und das Ganze evaluieren. Und das ist das moderne Marketing und die Marketingautomatisierung, die wir in dieser Zeit dringend benötigen.